Chibo Magazin von Profiköchen für Gut Befunden. Heute habe ich ein paar praktische Küchentipps für Sie. Ganz wichtig dabei, das richtige Handwerkzeug. Nehmen Sie diese Töpfe mit Sandwichboden, handlichen Griffen, Blastdeckeln oder diese Pfanne, robuster Edelstahl, zusätzlich antihaftbeschichtet. Ein scharfes Messer, wie sie es gehört. Gegrilltes ist ganz besonders lecker. Schön, wenn auch die einfachen Dinge etwas solider sind. Auf das auch Ihnen alles so gut gelingt. Chibo Magazin. Jede Woche eine neue Welt.